Ich meine, Alice und Philipp haben ja irgendwie gedacht, hallo, wir sind ja Ali und Philipp. Kann man das auch beide sagen? Ach, es läuft schon. Ja. Okay, ab in die Stadt. Hallo. Hey, wir sind hier in der Hafen City und freuen uns jetzt ein bisschen wummeln zu dürfen. Punkt 1. Prototyp-Museum. Yay! Na, wie fandst du das? Das war super interessant, ganz toll und überhaupt nicht nur was für Jungs. Weiß ich. Zwischen den Feiertagen haben sie auch geöffnet, auch am 16 Euro, glaube ich, für Erwachsene und 4,50 Euro für Kinder. So, Conny, wo sind wir jetzt? Wir sind hier am Übersee Boulevard und hier gibt es ganz tolle Geschäfte zu rummeln und shoppen und ganz schöne Cafés und Restaurants und ich entzische jetzt mal los. Das ist ja schon mal gruselig. Julian, hast du eine neue Freundin? Ja. Aber es ist ein bisschen älter, weil du... Da verbiegt sie mich. Ach so. Das war ein kleines bisschen gruselig. Ja, allerdings. Nicht für schwache Nerven. Nee. Man darf auch erst ab 10 Jahren rein. Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Und gut was dazu gelernt über die Hamburger Geschichte. Ja. 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 features. Das ist ja. 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 Ja.